Musik Fingerfreunde, geschätzte Sponsoren, im Namen des OK des 115. Aargauer Kantonalschwingfestes Beul möchte ich euch ganz herzlich begrüssen zur traditionellen Munitaufi. Es freut mich ausserordentlich und wir sind auch überrascht, dass so viel an die Munitaufi kommt. Geschätzte Schwingerfreunde, geschätzte Sponsoren, Partner und Gönner von diesem schönen Fest, liebe Boilerinnen, liebe Boiler, als Verantwortlicher vom Gabentempel habe ich die angenehme Pflicht, dass ich in jedem Schwinger, der hier teilnimmt, eine Gabe organisieren darf, die er am Abend mit Hause nehmen darf. Für die stärksten Schwinger haben wir lebige Preise. Der Sieger darf traditionsgemäss auch ein Siegermuni in Empfang nehmen. Zu Ehre von diesem Siegermuni sind wir ja heute alle zusammen hierher gekommen. Der Muni soll heute auf werden und auf das freuen wir uns. Wir gehen wahrscheinlich alle mit mir einig, ein wunderbares Tier. Und wie es Hermann schon gesagt hat, es ist noch alles dran. Unser Muni ist am 15. März 2020 geboren. Er hat zur Zeit ungefähr ein Lebensgewicht von knapp 800 Kilo und und könnte bis zum Schwingfest fast 900 Kilo schwer werden. Unsere Siegermuni gehört der Rasse Braunvieh an, Braun-Swiss ganz genau. Seine Mutter und sein Vater sind auch beide überdurchschnittliche Herdebuchtiere. Der Walter selber, er ist ein leidenschaftlicher Züchter von der Braun-Fee-Rasse. Viele schöne Preise hat er auf dem Horben oder auch sonst in der Schweiz schon entgegennehmen mit seinen Tieren. Für den Walter ist es einfach eine Freude, dass er der Züchter sein darf. Von diesem Siegermuni hier, Spoil. Es freut uns ausserordentlich, dass die Firma Marcel-Könn-Haus-Technik-AG, weil er als Spender vom Siegermuni hier zugesagt hat. Schätze Soka, liebe Schwängerfreunde, liebe Boiler und Boilerinnen. Vor rund drei Jahren haben sie mich als Muni-Spender angefragt. Als Fan von Schweizer Traditionen musste ich nicht zweimal überlegen, was meine Meinung ist. Für mich ist es eine grosse Ehre, hier am aargauischen Kantonal-Schwingfest den Muni zu spenden. Die Leute im Dorf und Umgebung haben im Volk, im Rösli oder online in Muni einen Namen geben können. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die gleiche Sonne weckt heute das ganze Land, auf jedem Berg, in jedem Tal. Alle Segel zerren wie Diamant unter dem ersten Sonnenstrahl. Du hörst, wie das Alphorn klingt, merkst, wie es uns näher bringt. Vertraut du heimisch in deinem Mann, weiss tönt wie ein grosser Kopf. Zusammen halt, miteinander geht alles ringen. Zusammen stehen, muss es auch als weitergehen. Zusammen halt, zusammen lachen, zusammen singen. Zusammen halt, alle Zeit vergessen. Von Basler Jura bis ins Bündner Lons, vom Wattland bis zum Bodensee. Heute heimisch alle gemütlich miteinander. Und wei die bösen Kämpfe gseh. Sie sind prächtig, böse und mächtig, bis zum letzten Tag. Und am Ende ziehen wir alle, doch im gleichen Strand. Zusammen halt, miteinander geht alles ringen. Zusammen stehen, muss es auch als weitergehen. Zusammen halt, zusammen lachen, zusammen singen. Zusammen auch die Zeit vergessen lassen. Zusammen halt, zusammen.